Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beamer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Jurassic World Evolution. Tino wird immer noch ausbrechen, dass er drinnen bleibt. Bleibt eine Illusion. Oh mein Gott. Egal Leute, so machen wir heute an der Stelle. Wir müssen uns jetzt wirklich mal was überlegen. Das wird ja langsam nervig. Auch weil ich ständig sage, ja hier, wir müssen uns mal was überlegen und so. Ich glaube einfach, die Dinos, also Tino, als auch der Indominus Rex, wir haben den ja ausgebrütet wegen der einen Sicherheitsmissionen und haben da irgendwelche anderen komischen Gene reingeknallt und deswegen sind die immer wieder unruhig, die Kollegen. Der hat ja nämlich auch schon wieder was kaputt gemacht, was ich ja gerade wieder repariert habe. Es ist alles super und trotzdem ist er unruhig. So, ich hab jetzt Schnauze voll. Ähm, es gibt zwei Optionen, Leute. Ah, ich hab ne Idee. Wir lassen jetzt erstmal gegeneinander kämpfen, die zwei stören Friede. So, machen wir das. Wir lassen ihn gegeneinander kämpfen. So, und das heißt ja am Ende, dass noch einer übrig bleibt. Und der, der dann übrig bleibt, dann muss man einfach mal gucken, ob wir den dann irgendwie verkaufen oder ob wir dann noch einen Dino ausbrüten, der irgendwie noch krasser ist. Das wird wohl wahrscheinlich gar nicht so einfach, wir können es ausprobieren. Vielleicht doch über den Baryonics. Da muss man einfach nur gucken, was für Werte wir dann jetzt erreichen können. So, gut. Äh, apropos Baryonics. Ich guck mal für sie ein Zentrum. Ja, die, die, die. Das können sogar jetzt näher. Das wird noch nicht ganz ausreichen, denke ich. Ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Prozent. Da, 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 da. Ich mach noch einmal Baryonics hier. So, da machen wir hier weiter Penta Seratops. Den brauchen wir für die eine Mission. Äh, und jetzt würde ich aber noch Trike weitermachen wollen, weil den müssen wir auch noch auf 100 Prozent bekommen. Da fehlt aber, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Wir können mal ganz kurz nachgucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Trike haben wir noch nicht auf 100 Prozent. 93 Prozent haben wir aktuell. Okay, alles klar. Gut, dann, ähm, machen wir noch mal Trike. Ich glaube aber, das Einzige, wo da noch ist, ist hier, dass es super hart, den jetzt irgendwie hochzubekommen. Ist hier noch irgendwo Trike? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Ich finde zumindest nichts hier, wo noch Trike ist. Okay, dann müssen wir einfach das Beste hoffen und, äh, mal gucken. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wie gesagt, ich werde das nur fast einfach mit Katz arbeiten dann. So, ansonsten ist erstmal eigentlich alles cool. Der Spino, der wird jetzt betäubt. Und dann wird es jetzt gleich einen Kampf geben. Spino versus Indominus Rex. Wobei, der Indominus Rex ist echt krass, Leute. Der hat, äh, was hat der Angriff? 209. Verteidigung ist nicht so viel. Aber der Angriff ist übelst krass. Der ist wirklich übelst krass. So, okay. Wie sieht's aus? Der Zaun? Wird er repariert? Ich glaube nicht. Moment, ich muss das mal eben mal schauen. So, mein kleiner Tino. Du hast es nicht anders gewollt? Ich hole dich jetzt hier ins Gehege rein. Dann gucken wir mal, was passiert. Ihr könnt euch ja gerne um die eigene Ziegelter streiten, ich weiß es nicht. So, dann würde ich nämlich hier jetzt gleich in Baryonyx ausbrüten, Leute. So, aber wisst ihr was? Wir müssten eigentlich jetzt hier... Ah, sehr cool. Freilassen. Davon hätte ich jetzt gerne richtig viele. Ich werde jetzt gleich nochmal drei ausbrüten. Die werden dann wahrscheinlich aufgefressen von den Metriakantosaurus, wenn wir den dann ausbrüten. Aber das ist dann einfach so. Das ist dann einfach so. Somit muss ich mal gucken, dass ich den jetzt hier irgendwie finde. Hier, also. Ausbrüten. Jetzt müssen wir nochmal kurz warten, bis die anderen frei sind. Jo, neue Fusilien, da freue ich mich drüber. Wunderbar, genau den brauchen wir. Den brauchen wir. Das ist nämlich genau der gleiche. So, und Baryonyx. Moment, ich breche das nochmal ab hier. Ich will nämlich erstmal den Baryonyx auf 100% haben. Seht ihr, das können wir gar nicht mehr machen. Also Baryonyx das noch und dann brüten wir den aus, Leute. Bin ich mal gespannt drauf, weil Baryonyx ist schon ein ziemlich cooler Dino. Und Patchy haben wir auch. Apropos Patchy. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, so langsam hier auch die Gehege noch ein bisschen auszubauen. Und zwar war hier aber meine Idee gewesen, einerseits das hier noch zu erweitern, diesen Bereich. Also, dass dieser Weg hier sozusagen noch ein bisschen weiter geht irgendwie. Das würde ich einerseits machen wollen und hier würde ich das dann genauso machen. Und da werden wir dann Patchys reinhauen und dann Kylos und alle Dinos, die nicht wollen, dass zu viele andere Dinos dabei sind. So, wir haben Baryonyx jetzt auf 100%. Apropos. Ich will ja nicht den Kampf verpassen. Okay, ich muss jetzt hier drauf, Leute. Was meint ihr, wer gewinnt? Okay, sie laufen erstmal durcheinander. Ja, die werden uns einfach gemeinsam, gemeinsam die Mauer kaputt machen und zusammenarbeiten. Ja, da sind ein, zwei Stunden. Nein, die Mauer ist auch schon wieder kaputt. Wir könnten auch überlegen, den T-Rex dann hier reinzuknallen, wobei ich glaube, der T-Rex würde verlieren gegen den Indominus Rex. Da müssen wir uns dann nochmal die Erde angucken. Wobei, wenn der angeschlagen ist, hat der T-Rex eine Chance, Leute. Ah, ich betäub den schon mal, den T-Rex, und dann gucken wir bei dem Kampf, okay? Ich mach schnell. Ich mach ganz schnell. T-Rex ist hier. So, so, so. Und zum Kampf. Ah, ich glaube, er hat das Spino gewinnt, oder? Ja, ich glaube, er hat das Spino gewinnt, oder? Also, mein Plan ist jetzt sozusagen, dann den angeschlagenen Gewinner, der muss dann gegen den T-Rex kämpfen. Damit der T-Rex dann die ganzen Punkte bekommt, weil der T-Rex, der kann sich zusammenreißen, im Gegensatz zu den Zweien hier. Die machen nur Scheiße, die ganze Zeit. So, jetzt wird das Ding entschieden. Yeah. Ich glaube, der Spino gewinnt, hä? Ja, 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 ja. Alles klar. So, was hat denn der jetzt? Achtung. 1084 hat der jetzt. Das ist krass. Okay, ja, das ist 53% Gesundheit. Wir müssen jetzt ganz schnell den T-Rex rüberbringen. Ich hoffe, die Gesundheit geht nicht ganz so schnell nach oben. Ansonsten, ich würde einfach sagen, wir schicken dann so lange Dinos hier rein, bis irgendwann mal einer gewinnt, würde ich sagen. Da müssen wir einfach mal gucken. Aber wir sagen, dass der Spino echt super stark ist, ey. Produkt wird eingesammelt. Jetzt hör doch mal auf damit, Mann. Tino. So, gut, Leute. Wir müssen mal eben gucken. Moment. Expedition. Können wir bestimmt wieder eine neue starten? So, Barionis können wir jetzt komplett weglassen. Okay, also wir gehen jetzt auf das hier. Auf das hier. Und jetzt müssen wir uns etwas Drittes raussuchen. Da habe ich keine Ahnung, was wir da nehmen wollen. Worauf haben wir denn mal Lust, Leute? Wir haben hier auch was Neues, ne? Hier, Sinoceratops. Ich nehme das erstmal. Ich gucke gleich nochmal in die Brutstätte und dann gucken wir uns mal ein Dino raus, auf dem wir als nächstes Bock haben. Okay, irgendwas Großes eigentlich hätte ich Lust. Mal gucken. So, gut, jetzt kann ich hier endlich reparieren. Wunderbar. Gesundheit. 70 Prozent. Der T-Rex müsste jetzt bald mal kommen. Ansonsten, ja, wahrscheinlich hat er wieder... Wir können höchstens mit dem Ranger reinfahren und den T-Rex heilen. Aber das fände ich irgendwie unfair. Das fände ich irgendwie doof, Leute. Ne, der brüht mal lieber dann Step-by-Step noch andere Krasse-Dinos aus und gucken, irgendeiner muss doch da mal gewinnen. Ach ja, apropos Baryonyx, warum machen wir den eigentlich nicht? Wir haben den noch 100 Prozent. Okay, dann legen wir mal los jetzt hier. Äh, hier ist der Gude. So, genau modifizieren. Wir machen jetzt das krasseste Kampf-Biest, was geht. Und cool, wir können Regenwald-Muster auswählen bei dem. Das ist richtig nice. Das hatten wir noch nie. Konnten wir noch nie auswählen. Sag mal, aber das ist ja nur Knochendichte 1.0. Können wir irgendwie Knochendichte 2.0 noch erforschen oder so? So, genetische Forschung. Ja, sieht schlecht aus. Wir haben schon fast alles. Scheiße. So, okay. Das ist ja alles gespeichert, was ich jetzt hier eingegeben habe. Ja. So, hier haben wir jetzt Knochendichte. Hier ist Knochendichte. Hier ist noch nichts drin. Ja, das könnte interessant werden so. Ich weiß nicht, wir kriegen den schon relativ hoch, was die Werte angeht. Oh shit, der T-Rex müsste doch jetzt eigentlich da sein, ne? Na gut, wir kriegen hier eine Meldung, wenn die kämpfen. Also, wie sieht es gut aus für unseren Big Scar? Scar. Einfach nur Scar. Einfach nur Scar. So, jetzt gehen sie erst mal wieder aus dem Weg. Okay, währenddessen können wir den Marionic schnell weitermachen. Wir müssen sofort dann nur reagieren, sobald hier rechts oben wieder eine Meldung aufploppt. Ich werde extra aufwachten, Leute. So, modifizieren. Wir werden schon irgendwann fertig damit. Also, ganz rechts. Okay, erhöhte Knochendichte. Und hier, genau so. Soundeffekt, scheiße. Angriff. Ja, aber der wird... Ja, der wird eigentlich gegen den Spino damit gewinnen. Ich glaube, das ist das Beste. Wenn ich das richtig sehe. Okay, machen wir das mal. So, okay. Lebensfähigkeit 1 plus 60%. Wir können aber plus 90% provozieren, wenn wir wollen. Okay, und ausbrüten. Bewehrung 300. Okay, ausbrüten. Und zum Kampf. Ach komm, Schau, Scar. Das schaffst du. Ich bin gegen den komischen Stirnfried. Gegen Tino, den zweiten. Tino, der erste war super gewesen. Tino, der zweite ist voll nervig. Mach den gut. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ja, der hat halt 167 Angriff und 131 Verteidigung. Ey, das ist total krank. Das ist wirklich total krank. Geht das auch noch weiter nach oben, wenn der Kämpfe gewinnt? Ich glaube nicht, oder? Aber ich meine, irgendwann stirbt er ein Altersschwächer. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigen. Ja, ich nehme einfach alles an. Ist ja egal. Wir haben doch schon alles oben. So, gut. Baryonyx wird gemacht. Ich weiß nicht. Wollen wir dann gleich noch einen zweiten ausbrüten? Oder wollen wir noch was? Ne, ich lasse erst mal. So, wir gucken jetzt erst mal, was wir jetzt als nächstes noch freischalten wollen. Auf welchen Dino wir am meisten Bock haben. Das würde mich eben nicht mal ganz kurz doch mal an interessieren. Äh, nee, nee, nee. Gigant Spinosaurus. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Stego oder so. Ich weiß es nicht. Warnung, Sabotage eben gar nicht. Super viel Sinn ja auch gar nicht mehr, oder? Ach hier, das macht der Kanu, glaube ich. Ey, habe ich den noch nicht erforscht, oder was? Hier, hier ist der Kanu. Den haben wir. Okay, wisst ihr was, wir gehen auf Kanu, Leute. Da habe ich Bock drauf. So, ähm, okay, jetzt muss ich aber ganz schnell mich erst mal um die Dinos hier kümmern. Das Gute ist, ich habe ja extra das Ranger-Gebäude abgegradet, dass die jetzt bis zu fünf Sachen hintereinander machen können. Habe ich das jetzt hier vergessen? Ne, habe ich nicht, oder? Ne, habe ich nicht. So, gut, ist hier noch irgendwo was? Ansonsten sieht es gut aus, und jetzt, äh, wir müssen den irgendwie blatt bekommen, Leute. Wir müssen den wirklich irgendwie blatt bekommen. Moment. Okay, das hatte ich schon Aufträge gegeben. So, den müssen wir abtransportieren. Das tut mir ein bisschen leid, aber das sieht es leider aus. Ich fand die Idee aber eigentlich nicht schlecht, ihn, äh, da reinzubringen, während Tino, der zweite, nicht mehr ganz so viel Leben hat. 64 Prozent ist das schon. So, gut, ja, gut, wir wollten auf Kanu gehen, hatten uns jetzt erst mal geeinigt. Expedition, so. Okay. Also, ich will auf jeden Fall eigentlich diese Folge noch die Wissenschaftsmission lösen, Leute. Und dann schalten wir einen richtig krassen Dino frei. Äh, und zwar wollten wir... Das hier. Und das hier. So, und dann auf Kanu. Kanu war, glaube ich, äh, hier gewesen, ne? Ja. Okay, cool, das habe ich mir richtig gemerkt. So, die drei Punkte werde ich jetzt immer wieder abarbeiten. Wie gesagt, es ist auch gut möglich, dass es jetzt irgendwie dann mal einen Cut gibt oder so, ich weiß es nicht. Reagiere auf Reparaturanfrage. Der will einfach nicht damit aufhören. Ey, wisst ihr, was ich mir gerade überlege? Ob wir nicht einfach irgendwie drei Baryonyxen machen, dann schicken wir alle drei Baryonyxen in das Spino-Gehege. Ich meine, klar, die kämpfen nicht alle gleichzeitig, aber die könnten dann nacheinander sozusagen auf den Spino gehen. Und irgendeiner muss ja dann mal gewinnen. Das könnten wir ausprobieren, hätte ich eigentlich fast Bock drauf. Das Dumme ist halt, dass die Lebensdauer so niedrig ist, ne? Da sollte ich wahrscheinlich welche machen, wo die Lebensdauer dann deutlich höher ist und einfach ganz vieler wäre. Wir berühren den jetzt erstmal aus. Wir gucken mal, ob das okay ist, wenn da auch ein paar mehr am Start sind. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, der Baryonyx lebte an Ufern und in Feuchtgebieten. Angesichts seines Lebensraums liegt es nahe, dass er sich von Fischen ernährt hat. Hoffentlich hat sich seine bevorzugte Nahrung in den letzten 100 Millionen Jahren nicht verändert. Und das ist, glaube ich, der Dino, der bei Jurassic World 2, Achtung, Spoiler, da in diesem Bunker ist, ne? Habt ihr da auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich dachte, dass das wäre der Suche Mimus, weil die sehen sich ein bisschen ähnlich, aber, ja gut, ein bisschen aber auch noch. Ich donne. Ey, langsam nervt es jetzt, ohne Scheiß. Ich, ich, wir müssen den jetzt irgendwie platt bekommen, Leute. Wir müssen den jetzt irgendwie platt bekommen. Ich brüte jetzt hier einfach. Drei Baryonyx außen, die schicken wir alle rüber. So machen wir das jetzt. So gut, Leute. Ich hab mir jetzt was überlegt. Und zwar, wir brüten jetzt drei verschiedene Dinosaurier aus, wo ich jeweils die Lebenserwartung aufs Höchste gemacht habe. Und zwar als erstes den guten Giga. Lebenserwartung 215. Dann habe ich noch irgendwo, wartet mal, was hatte ich noch gemacht? Nicht so, Mimos. T-Rex habe ich noch gemacht. Können wir schon mal starten. Lebenserwartung 218. Ah ja, die Mayungasaus, genau. Lebenserwartung 205. So, gut, Leute. Und wir werden die jetzt nacheinander ausbrüten, beziehungsweise ich werde ein Ausbrüten, ihn betäuben, rüberbringen. Danach ein Ausbrüten, Betäuben, rüberbringen. Wisst ihr, dass Step by Step das Spiel noch immer weiter geschwächt wird. Und irgendwann muss ja einer mal gewinnen von denen. Hoffe ich zumindest. Kümmere mich um Reparatur. Ich würde übrigens den T-Rex als letztes rüberschicken, glaube ich, weil da die Chance dann am höchsten ist, dass es klappt, dieser Plan. So, gut. Ja, gucken wir mal, was das wird. Ansonsten muss ich mich jetzt erstmal um Expedition kümmern. Ja, das ist gut, dass wir so viel Geld haben. Den muss ich auch mal eben noch erfüllen. Ich glaube, das hier kann ich gleich wieder wegmachen. Sieht doch scheiße aus und so, ich weiß. So, Fossil im Zentrum, wir gucken mal, was wir bekommen haben. Kano, ja gut. Stimmt, Kano, ja, wir bringen das Kano auf jeden Fall hoch. Hätte ich für eine gute Idee. T-Rex-Fossil, großes Kino. Das ist halt jetzt wirklich das Problem mit dem Trike, den auf 100% zu bekommen, ey. Das wird echt sehr interessant, ey. So, Expedition. Okay, wir machen weiter Kano. Dann weiter Trike. Wir versuchen es einfach. Wie gesagt, es gibt ja nirgends wo irgendwas, wo der Trike noch auftritt. Das ist halt voll Kacke eigentlich. Das dauert voll lange jetzt hier deswegen. Wie gesagt, nur versetzt ich Katz. Diese Stürme scheinen die Demosaurier instinktiv zu beruhigen. Ja, nicht alle. Ich für meinen Teil werde eher nervös. Ja, manche Dinosärende nehme ich auch nervös. So, ich gucke mal eben, ob ich hier irgendwo, ja, hier kriege ich das nicht reingebaut. Aber eigentlich könnte man das ja sehr gut gebrauchen, damit hier nichts kaputt geht, ne. Okay, da muss ich mich sowohl da nochmal mit auseinandersetzen. Ich mache auf jeden Fall mal Bunker auf. Bis hier ist sicher. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Das ist auch wieder ein Tornado. Großes Kino. So, wie ist denn das? Kommst du da hin oder hast du irgendwelche Probleme? Weil manchmal haben die Wegfindungsprobleme. Ne, die kommen da hin. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die kommen aktuell überall hin. Wir lassen uns jetzt nicht irritieren von dem Tornado. Ich will jetzt nicht, dass wieder alles auf der Kontrolle gerät. Ja, wobei, wenn er jetzt... Ach, das ist doch scheiße. Wobei, aktuell sind ja gar nicht so viele Dinos. Dinosaurierbedrohung. Gefahr für die Gäste im Parasaurus. Nähert sich langsam der Lücke im Zaun. Eine riesen Gefahr für die Gäste. Achtung, da kommt sie angerannt. Ah, die sehen voll schick aus mit diesem... Ich weiß ja gar nicht, ist das Dschungelmuster oder was haben wir da ausgewählt? Ja, aber die sind doch mellow. Ja gut, er wird jetzt gleich da reinrennen. Ja, und sozial ist auch ein Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch mehr ausprobieren. Tornados sind kacke. Tornados machen alles kaputt. Aber wenigstens ist hier alles entspannt. So, cool, wir haben Parasaurus-Lofos sogar auf 100%. Das lese ich sehr, sehr gerne. Darüber freue ich mich. So, aber bitte, mein lieber Tornado, entferne dich von den Stromleitungen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Ja, sehr viel höher geht ja auch nicht. Verschwinde bitte. Bitte verschwinde. Ja, aber hier rüber wird er nicht mehr machen, glaube ich. Und was macht dieser eine Raptor? Wo sind wir? Okay. Also dieser Zaun bringt gegen Raptoren auch nicht ganz so viel. Nein, Barrio, verzieh dich. So, ey, das mit dem Geeker, was ist denn das schon wieder hier von der Kacke? Okay, einfach nochmal. So, ist vorbei. Alles gut. Jetzt müssen wir noch ganz schnell hier... Der wird betäubt. Irgendwo ist aber noch einer. Wir haben mal wieder einiges, was wir reparieren müssen, weil ich kann es nicht ändern. Das ist halt jetzt so. Wo ist denn der zweite? Oh. Oh. Wow. Moment. So. Und, äh, Moment. Jo. Bitte reparieren. Unterwegs zur Reparatur. Oh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unangenehm, ne? Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir keine Sturmabwehrstation haben. Deswegen ist der Zaun kaputt gegangen. Und ich glaube, ich muss niesen. Entschuldigung. Vielleicht denke ich auch dran und schneide es raus. Oh, da hat die einfach umgerannt. Die hat einfach Knockback gemacht. Ah, diese Sackgasse, ne? Das ist wirklich der Gang, der Flur des Todes. Das ist der Gebäude-Tagel. Ah, ich denke halt nur an unsere Dinos, ne? Guck mal, wie gut die mittlerweile jetzt greifen. Jo, einer wird aber noch weggeschnaburiert. So, jetzt haben wir. Alles klar. So, wir müssen auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel reparieren. Und zwar hier. Ich glaube, ich steuere den mal ganz kurz selber. Hier ist der Zaun. Ich glaube aber, wir haben es relativ gut überstanden. Wenn man das mal mit dem Sturm von letzter Folge vergleicht. Äh, ja, da war ja alles auf die Kontrolle. So, so. Von der Sauna irgendwo weiß. Ich weiß gerade nicht, was ich hier noch reparieren soll. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Na gut, das kannst du auch selber machen. Ich glaube, hinzufügen. Ach, hier. Okay. Dann ist das da drüben irgendwo. Okay. Das macht doch schön selber. Der weiß wieder nicht, wo er hin soll. Das hasse ich ja übelst. Ah. Ich verstehe, warum. Der hat sich selber eingebaut, der Noob. Du hast dich selber eingebaut. Kann man denn so doof sein? Da kommt jetzt hier mal ein bisschen Gas hier. Okay. Alles wieder gut. So. Uh, dann irgendwo hier. Hier müsste noch. Ach, genau. Das muss noch repariert werden. Da wird sich aber, glaube ich, schon gekümmert. Und hier, ja, ihr seid das Spiel nur wieder aktiver. Das ist ja nichts Neues. So war ich. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es relativ gut hinbekommen. So, gut. Und jetzt noch ganz schnell. Moment. Transporter. Äh, nee. Das ist falsch. Da vorne. Was soll man den hier noch? Hier rüberbringen. Moment. So, gut. Ich werde mal noch ein paar von denen ausbrüten hier, damit das Soziale mal nach oben geht. Äh, uh. Können wir hier noch irgendwas interessantes Muster? Wir haben Waldmuster. Ja, dann lassen wir mal das Waldmuster. Das ist eigentlich ganz schick. Wir können auf jeden Fall hier ganz rechts noch was auswählen. Ja, habe ich denn das bei denen gemacht? Habe ich die Lebenserwartung erhöht? War ich so schlau? Ja, ich habe die Lebenserwartung erhöht. Cool. So, hier 198. Das sieht gut aus. Wie gesagt, wenn der Metria rauskommt, dann sterben die sowieso wieder alle. Aber es ist mir jetzt egal. So. Alles normal. Ah, den Metria machen wir wirklich erst ganz zum Schluss dann. So. Ja, wir müssen noch das eine oder andere Gebäude reparieren. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Äh, ich gucke jetzt mal. Da wird sich darum gekümmert, wie es jetzt hier aussieht. Ey, das ist doch nicht euer Ernst mit diesem Giga, Leute. Was ist denn los mit dem? Die Chance ist 60 Prozent, ey. Naja, gut. Weil dann einfach Pech und Marians und so. So gut. Ey, alter. Ich sag's dir. Nein. Oh. Mann. Jetzt haben wir den sogar aus. Also ein, ja, ausgesperrt, mehr oder weniger. Großes Gehen. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Aber das ist das erste Mal, dass in diesem Bereich ein Dino drin ist, ey. Das hat lang gedauert. Bisher war alles cool gewesen. Ja gut, aber ich meine, um den kümmern wir uns jetzt ja gleich, ne. So ist es ja nicht. So. Gut. Wisst ihr was? Wir lassen schon mal den T-Rex rein. Der wird auf die Fresse bekommen und brüten dann gleich noch einen aus. Ah ne, das ist gar nicht der T-Rex. Hier ist der T-Rex. So. Und den bringen wir jetzt gleich ins Spino-Gehege. Das machen wir jetzt nacheinander alles, Leute. Okay. Aber was Reparieren angeht und so sieht das erst mal alles wieder gut aus. So, hier können wir... Die gehen echt schnell. Okay, aber da wird heute. Alles klar. Yo, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt gehen die Gladiatoren-Campen los. Also wie gesagt, wir werden irgendwann auch nochmal so Battle-Royale-Dings machen, Leute. Wo wir einfach ein großes Gehege haben und dann machen wir da ganz viele Brutstätten und lassen wirklich ganz viele Dinos hintereinander weg raus. Auf einmal. So, das muss ich auch noch wegbringen. Wir müssen halt dann doch mal irgendwie noch eine zweite Mauer bauen. und das lässt sich wohl nicht vermeiden. Aber es sieht halt so viel schöner aus. Jetzt würde ich hier noch eine Doppelmauer entsetzen, finde ich zumindest. So, gut. Ach Gott, Mann. Hier ist ja... Moment. Was ist denn noch? So. Dann müssen wir irgendwie noch ein Zeug Gebäude reparieren. Das machen wir gleich. Schutzraum. So. Jetzt müssen eigentlich... So. Jetzt muss das passen, auf jeden Fall. Okay. Das muss noch repariert werden. Keine Ahnung, warum das noch keiner gemacht hat. Und jetzt würde ich den T-Rex rüberbringen. Nein. Verstanden. Bitte nicht. Ich will jetzt keinen Kampf T-Rex gegen Barionics. Okay, der Helikopter darf schnell machen, bitte, ne? Und hier ist auch einer krank, sehe ich gerade. Und cool. Bestätigt. Ach, ihr habt euch doch gerne, Mann. Ihr müsst euch doch auch mal gerne haben. Ihr könnt doch nicht ständig kämpfen. Hallo, ich bin T-Rex. So riecht aber lecker. Hallo, ich bin Barionics. Ey. Ach man, ständig sind die am Fighten. Ganz ehrlich. Ich finde es ja cool, dass die immer kämpfen. Äh, dass die oft kämpfen. Aber es wäre auch cool, wenn die sich mal in Ruhe lassen würden, finde ich. Oder? Also, ich meine, in freier Wildbahn, die Dinos, die haben dann, sie sind nicht ständig duelliert. Die haben da auch mal gesagt, yo, ich bin jetzt satt. Tja, hast gewonnen. GZ. Aber trotzdem, die Dinos, die haben sich da auch mal gesagt, okay, ich bin jetzt satt. Ich lasse den jetzt in Ruhe. Also, es gab vielleicht Revierkämpfe und natürlich, wenn man Hunger hat und so. Die haben sich doch nicht ständig zerfleicht, oder? Also, nicht die ganze Zeit immer hundertprozentig, so meine ich das. Natürlich haben die sich oft zerfleicht. So, gut. Ja, gut, aber auf jeden Fall können wir die jetzt rüberschicken. Da fangen wir mal an mit Bario. Bario ist der Erste, der antreten darf. Okay. Und danach kommt der T-Rex. Ey, der Giga will mich echt veralbern. So, wir brüten uns aber schon mal einen T-Rex und noch gleich einen zweiten aus, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der eine sterben wird. Denke ich zumindest mal. Wir werden es ja sehen, wir werden es ja sehen. So, muss denn noch. Wir haben so viel auf 100% mittlerweile. So, und nochmal Giga. Da. Okay, den anderen hat sich erst frei, sobald der hier weg ist. Okay, so. So, mehr in dessen. Expedition! Mal wieder starten. So, dann schnimmt. Und schnimmt. Och bitte gib mir jetzt mal was für den T-Rex. Ne, ja gut. Was soll ich? So, ein oben rennt ein freier Dino rum. Wie viel geht es denn hier wegzutragen? Ja, der ist wieder aufgewacht. Alles klar. Na ja, das kommt mir hervor. So, die lassen wir auch noch frei. Jetzt sollte das Soziale eigentlich nach oben gehen bei denen. Denke ich zumindest. Ah, die sehen voll schick aus mit diesen Waldmuster. Ich hoffte, dass die dann gleich sterben werden, wenn der Metria rauskommt. Aber das ist dann einfach so. Jo, okay, Leute. War hier auch nichts gegen Spino? Äh, ich glaube, wir können jetzt eigentlich schon den T-Rex rüberholen. Oder? Das dauert doch wieder übelst lange, bis der hier ist. Ja, komm, wir holen den schon mal rüber. Ja, aber jetzt ist eigentlich noch doof. Ja, wie lange brauchen die denn noch? Okay, wir probieren es einfach. Also, wie gesagt, um das nochmal zu erklären. Mein Ziel ist, den Spino, also Tino, zu zumürben, indem der einfach hintereinander weg gegen andere Dinos kämpfen muss. Irgendwann hat er zu wenig Leben und verliert. Verdammene Produkt 1. Ah, scheiße, Barrio hat er noch... Oh, nein. Okay, da ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. Ja, Barrio, tut mir leid. Das ist natürlich jetzt unfairer Kampf. Das ist ja nur halbes Leben. Das ist ja gerade gegen Stra... Also, gegen... ...fleischstrakt. Ja, scheiße. Okay. Ey. Also, langsam wird es ein bisschen lächerlich. So, den können wir rauslassen. Den muss ich auch gleich mit Täuben und dann rüberschicken. So, und ich brüte jetzt. Moment. Ja, wir machen einfach... Wollen wir wirklich Giga machen oder machen wir T-Rex? Ach, komm, wir machen noch... Ah, nee, wir machen Giga. Irgendwann muss es doch mal klappen. Aber, dass das so oft nicht funktioniert hätte, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, der hat ja auch nicht mehr so viel Leben. Der wurde nicht einmal angegriffen. EZ. Hast du toll gemacht, Tino. Der tötet einfach alle. Liegt aber auch daran, dass ich die alle reinschicke mit einem halben Leben. Das ist natürlich von vornherein unfair. Ja, und es macht den Zaun weiter. Also, Tino... Tino, sein Leben besteht eigentlich nur daraus. Gegen den Zaun zu kloppen und wenn ein Dino kommt, dann kloppt er gegen den Dino. Und sobald der Dino down ist, kloppt er wieder gegen den Zaun. Das ist Tinos Leben. Tinos Zombies. Zaun kloppen und Dinos kloppen. Ne, macht der nicht. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Tiere satt sind. Guck mal, Tino. Na gut, Leute, ich kann es erstmal nicht ändern. Wie machen wir das? Also, ich überlege es gerade. Wahrscheinlich nächste Folge. Ich meine, immerhin haben wir ja den Barionix mal gesehen, wobei den fand ich jetzt leider nicht ganz so spektakulär. Ich hätte mir cooler vorgestellt. Nächste Folge versuche ich dann wirklich die Mission hier zu lösen. Dann hat mir diese Folge halt einfach ein paar Gladiatorenkämpfe, wo Tino jedes Mal gewonnen hat, weil es unfair war. Aktuell ist er einfach unser krasser Gladiator. Ich benenne ihn wahrscheinlich bald um in Gladiator Tino oder so. Ich weiß es nicht. Alles klar, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und uh, dann wird vielleicht auch mal der Giga fertig. Ich brüte jetzt noch einen T-Rex aus, ey. Okay, ich probiere das weiter. Dann lasse ich dann einen T-Rex gegen Tino kämpfen, dann einen Giga und dann nochmal einen T-Rex. Die müssen doch dann gewinnen, oder? Also der Letzte müsste doch dann gewinnen, müsste man meinen, oder? Ich weiß es nicht. Doch, stimmt schon. Ich muss es einfach nur vom Timing gut machen, wisst ihr? Ah, das geht mir schon irgendwie hin. Reparaturtrupp meldet sich zurück. So, alles klar. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, hat's gut. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.